TV versammelt sich zur Protestkundgebung. Komm her. Bitte. Gentleman, ich spiele schon. Sonntag, 2. September, 2.12 Uhr. Eine Jatzdemo im Rückenkopfpark. Jatzdemo? Eine Jatzdemo. WDR, WDR. Eine Jatzdemo hier live im Rückenkopfpark. Wir stehen ein für mehr Pausen, mehr Getränke, mehr zum Essen. Und jetzt machen wir Spaß, wir machen das Ding auf der Stadt. Es haben sich tausende begeisterte Jace-Musiker versammelt. Ja, ja, habe ich noch hier. Ich habe nicht voll Druck. Ich habe nicht voll Druck. So, ich zurückgehe, guck, da muss ich all haben. Ja, was spielen wir da, spielen wir, was wir können, ne? So, Musik, was spielen wir, was wir können, ne? Da kann man nicht viel spielen. Gentleman, Musik, was wir können. Vielen Dank.